Hallihallöchen! Zurück! Diese Mission hier hat insgesamt, soweit ich weiß, vier Stück, also vier Aufgaben zu erledigen. Wir sind im Verteidigerteam, darum dürfte die Aufgabe relativ leicht erklärt sein, wir müssen verteidigen. Als allererstes dürfen wir aufhalten, dass sie diesen wunderschönen Leichenwagen bis zu uns bringen, den hab ich auch getroffen. Auf dich zu weit weg zu bewegen, ich treff dich doch irgendwann. Ich seh dich leider noch nicht. Der ist tot. Der ging ins Bein. Der ging nicht ins Bein. Wir werden wohl... Den hab ich auch getroffen. Leider der traurige Alltag eines Bogenschützens. Du brauchst drei Schüsse um einen fucking... Um einen fucking Typen mit der Armpost wegzuknallen. Er braucht einen fucking Schüls mit der Armpost wegzuknallen. Okay, Retter, mach du das. Das krieg ich nur von meinem eigenen Team eins aus dem Roll. Den Hammer. Den Hammer angeblich nicht. Und da kommt die Armbrust. Ich hab an sich nichts gegen die Armbrust. Ja, nicht dass man das irgendwie falsch versteht. Ich will einfach... Es braucht nicht viel um diese Armpost zu nutzen. Also sie ist halt meistens One-Shotted. One-Shotted? Wir haben spät. Darum finde ich halt ein bisschen... Ja, langweilig. Aber nun gut. Man kann halt nichts gegen machen. Da ist ein Gegner. Gängeschild, Kollege. Gegens Schild. Noch einer hier oben. Macht Platz! Ah, fuck it. Wie weit sind sie denn mit dem Wagen? 25% erstmal. Naja, 6 Minuten 30 haben sie ja noch. Nein? Im Asten sind sie nicht finished? Okay. Wenn du da sagst. Au. Arschloch. Oh, ja komm. Warum trifft er mich und ich ihn nicht? Ich hatte bis jetzt auch glaube ich nur jeweils ein einziges Mal ein richtig nice Fight gegen einen, der auch nicht nur die linke Maustaste gedrückt hat. Das war ein sehr schöner Fight. Wir haben glaube ich 5 Minuten bald da rumgetanzt, bis wir uns endlich mal getötet hatten. Aber egal. Wenigstens hat es in dieser Situation Spaß gemacht. Mal. 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 zock jaja jetzt musst du nachladen oh arme kollegen, ja komm her ich hab doch gesagt komm her ja das ding ist halt leider funktioniert es sehr gut noch mit der linken maustaste durchspammen und machen und tun es ist verdammt langweilig weil es gibt da genossen die ziemlich schnelle waffen haben der archer gehört zwar auch dazu aber er macht halt kaum damage also so ein archer gegen so einen ritzer ist halt sozusagen nützlos also du machst kaum was also ich werde jetzt nur von den nahkampfwaffen ich mein du brauchst 3 schuss mit dem mit dem doken und dem zu töten das ist dumm aber auf jeden fall noch ok aber man sollte es mehr belohnen wenn man die schläge wechselt wechselt ich mein man sieht ja was es was es eigentlich auch klingt wenn man die schläge die ganze zeit wechselt der überhand schlag macht also überkopf schlag macht halt am meisten damage der stich hat halt die meiste reichweite und der normale heap ist halt der standard angriff vielleicht krieg ich noch ein assist mit wenn den mal irgendeiner tötet der kollege ich bin ja auch nicht meine 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 Jetzt darf ich aufpassen, da haben wir das Böse, aber egal. Na danke, ich bin in deinem Team. Files saved my life und dann Mr. Sinister. Denn ich dann gnadenlos alle rein schieße mit meinen Files. Aha, guck an. Na Kollege? Ja, hol dir Skill, wenn du meine Videos guckst. Wir haben an 75% erreicht und sie haben noch 11 Minuten. Ich habe nicht gewusst, dass er bei 49% einen Teilabschnitt belegt hat, weil ich vorher noch so schön erwähnt hatte, dass er noch gar nicht so weit ist und sie nur noch 6 Minuten haben. Hust dir deinen Kopf, dankeschön. Verdammt. Verdammt. Stoppt ihn! Stoppt ihn, töte ihn, macht irgendwas mit ihm. Schöner Schuss von meinem Archer hier. Kurzbogen hat halt schon irgendwie klasse. Da sieht man wieder, er spammt halt einfach seine linkte Maustaste bis zum Erbrechen. Wenn du willst, trifft mich damit nicht ein einziges Mal, aber ist glücklich. Wow, ich dusche wirklich. Ja, was kann es einfach sein außer einer Armbrust. Hab ich gerade was neues freigeschaltet? Ne. Let's go. Okay Jungs, passt auf. Verdammt. Das ist halt das Blöde. Wenn ich mich treffe mit dem letzten Pfeil, dann ist es vorbei. Wenn ich mich treffe mit dem letzten Pfeil, dann hat er schlechte Karten, mich nochmal wegzuholen. So, jetzt wirklich stand for the win. Gute Nacht Korrupt, du hast echt... ...öse Chancen gegen mich in letzter Zeit. Zack, bin ich auch getroffen. Magst du rausgucken? Nicht auf der Seite. Auf der anderen. Wow. Die kommen von oben. Es regnet. Ach, komm mal. Weil ich das hasse. Ich hab ihn vorhin getroffen mit ner fucking Skillwaffe wenigstens. Und er schießt halt ein einziges Mal auf mich mit so ner fucking Armbrust und töten mich direkt. Und dafür, dass man... Der einzige Nachteil an der Armbrust ist halt eben... ...einfach nur... ...dass man... ...ewige Nachzerradezeiten hat. Die ich nicht mal schlimm finde. Wenn ich selbst mit ihr spiele. Oh, der hab ich getroffen. Und da hab ich meinen getroffen. Da brennt mein lustiger Junge. Der war ein bisschen zu kurz. Und... Wie man also sieht, sie kommen von oben. Das probieren sie jetzt auch dauerhaft durch. Auch wenn da jetzt ein Archer von uns steht. Das hasse ich ja meistens. Ich hab ihn angeblich nicht einmal getroffen, obwohl ich neben ihm stand. Also ich müsste ihn eigentlich getroffen haben. Manchmal finde ich das ein bisschen komisch. Okay, sie haben es durchgepascht. Da sind es... ...zu viele. ...einBoy. ...Aufwohl noch ist es nicht mehr vorbei. Aber jetzt Aber wir pushen nochmal zurück Oh Ernsthaft Das war knapp Um ehrlich zu sein Das war richtig Naja, wieder 12 Minuten von Anfang an Schauen, was man gedrefft bekommt Jungs Ihr wisst schon, dass es uns nichts bringt Wenn wir hier unten rumgangen Und wieder hochgehen Wunderschön Wunderschönes Missionsziel Nicht mit mir So Ich bin von dir Danke Es wäre nett, wenn du mich nicht töten würdest Brauchen wir noch einer? Den habe ich aber noch abgefeuert Den Pfeil Also bitte Irgendeiner an uns Leute Ernsthaft? Wir haben das jetzt nicht wirklich so schnell verloren Okay, wir dürfen die Königsfamilie schützen Okay, wir dürfen die Königsfamilie schützen Das letzte Missionsziel Ziemlich schlechte Karten Ziemlich schlechte Karten eigentlich für uns Ähm, im Normalfall sind sie da nämlich ziemlich schnell durch Es hat auch nicht so, also es ist nicht so schwierig die Königsfamilie zu töten Ähm, die letzten paar Sekunden werden eigentlich Oh, jetzt fragt er sich, wo kommt es her? Hä? Wer hat mich angeschossen? Was? In den letzten paar Sekunden ist es meistens eher so ein Hallo Headshot Ich headshot dich Ja genau, geh dich mal heilen Hinterm Stein Hallo Headshot dich Wenn du da nochmal hingehst Hab ich kein Problem mit Ja, aber er hat ein kleines Problem mit meinem Kollegen Ähm Auf jeden Fall Königsfamilie Oh, schade Gar nicht so schwer eigentlich einzunehmen Die meisten machen es mit Feuer Sehr lustig, wenn du eine Königsfamilie nur noch zu schützen hast Und ähm Dann auf einmal einfach nur ein Feuer da reingeschmissen wird Ziemlich Äh, böse Oh ja, Armbrust Oh ja Armbrust du nicht, du fucker Ah, nicht getroffen Da verschieße ich immer deine Kollegen hier Oh, wie niedlich Er zielt auf mich Aber er trifft mich Guck mal, ob wir den auch noch treffen Jo Das ist doch richtig lustig Die jedes Mal so So anzuschießen Während sie gerade ihren Ähm Ihre wunderbaren Charge-Attacken aufladen Fucking homo Ah, wenn sie ihre Charge-Attacken aufladen Die Leute Ähm Die pickern hier haben so eine Lustige Charge-Attacke Ich hab ihn getroffen Also normalerweise Ich erklär das mal kurz Wenn ich immer sage Ich hab ihn getroffen Normalerweise sollte ein Schlag Ähm Den Schlag des Gegners abwehren Das heißt Er hört auf zu schlagen Funktioniert öfters nicht Ziemlich nervig Besonders wenn man Low-Life-Charakter hat Und einen leicht gepanzerten Charakter hat So wie eben den Arter Ist das teilweise Richtig nervig Und wenn man schon In den Nahkampf geht Und äh Dann dieses Feature Weggenommen kriegt Ist das nicht so schön Jupp, du hast nicht getroffen Ich kreffe mich ja auch nicht Und das weitere Nimmt dein Team gerade Für unsere lustige Königin Hallo Schön, dass du da campen bleibst Wow Ach komm, ich will ihn töten Verdammt Wie viele leben denn noch? Zwei, okay Glaube ich zumindest, oder? Ja, zwei leben noch Das ist gut Wir haben noch elf Minuten Zeit Beziehungsweise Gegner haben noch elf Minuten Zeit Okay Jetzt leben wir noch zwei Tötet sie, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn, danke Egal Oh und es ist schon wieder einer drin Wenn sie drin sind Ist das verdammt böse Sie haben beide weggemacht Wow Okay Schade Naja Das war eine neue Runde Ich bedanke mich fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal